guten morgen trader freitag letzter handelstag der woche zeit wieder mal ein paar handelsideen zu besprechen und natürlich der große chart check geschauen was die indizes der letzten woche gemacht haben gerne auch den ein oder anderen wunschmarkt dazu hier für die live zuschauer immer die möglichkeit gegeben in die chats auf facebook und auf go to webinar entsprechende fragen oder auch wunschmärkte mit einzutragen das ganze wie immer live jetzt hier bevor wir rein starten natürlich der risikohinweis sie wissen es der handel mit devisen und cfds auf margin der kann zu verlusten führen und damit machen wir einfach weiter hier die kleine agenda natürlich die handelsideen der wochenausblick die großen indizes und know how ich habe es angekündigt auch im facebook wir gucken heute auf ein paar power strategien im trading die man unbedingt auch auf der uhr haben sollte um nach sinnvollen handels setups zu suchen das ganze alles dann später nach den tickenden charts bevor wir in die charts reingehen folgt aber die oder besser der blick auf die tagesnachrichten warum na klar tagesnachrichten können die märkte ordentlich bewegen heute steht ein bisschen was noch auf der uhr wir sehen zum 8 uhr haben wir aus deutschland den verbraucherpreis index bekommen der war stabil bei null das wird natürlich ja nicht freudig sein wenn man mal auf das thema inflation schaut die bürger wird es freuen dass die preise hier zumindest in diesem rahmen nicht steigen aber es ist natürlich von der wirtschaftlichen seite her ja immer ein anderes zeichen wenn wir hier steigende preise haben weil das dann natürlich für eine inflation spricht und das ist dann deutlich besser für die wirtschaft und wir wissen ja in der wirtschaft läuft es momentan nicht ganz so rund treffen der finanzminister gibt es heute auch gibt eine rede vom ezb vize das ganze hier alles um die mittagszeit die letzten beiden dingen am nachmittag gibt es dann aus den usa den export und import preis index und um 16 uhr die konsumenten erwartung der uni michigan das ist ja immerhin ein wichtiger faktor die konsumenten sind ja ein ja eine wichtige stellschraube auch in der us-wirtschaft und da ist es natürlich sehr sehr wichtig dass wir hier gute zahlen bekommen die analysten gehen von einem rückgang im vergleich zum vormonat aus mal schauen was bei kommt das kann aber natürlich deutlichen impact auf die märkte haben das ganze wie schon gesagt hier um 16 uhr und dann am abend wie jede woche gibt es die cot reports für diejenigen die das interessiert gerne reinschauen und gucken was die big boys in diesem bereich auch machen wir wir gucken jetzt was ja an den charts passiert dax kommt später dran wir blicken zuerst in die währungen und wir starten mal hier mit dem euro japanischen yen der in den letzten tagen eine wache rallye aufs parkett legt wir sehen es hier das große bild hier übergeordnet in einem abwärtstrend dann gab es zwischendrin mal einen aufwärtstrend und jetzt hat sich aktuell wieder ein gegentrend entwickelt das heißt wir sehen hier auch immer wieder den schlagabtausch zwischen bulle und bär und was wir hier momentan sehen ist halt die tatsache dass wir diesen letzten starken schub den wir hier oben vom hoch bei 108 4 7 bis aufs tief bei 106 4 85 bekommen haben das wird jetzt schön korrigiert hier wir sehen es diesen trendkanal schön nach oben am laufen mit und der kann sich natürlich wenn wir das mal auf diesen kleinen abwärtstrend beziehen ohne weiteres noch bis hier oben um die 108 4 7 ausdehnen ohne weiteres und dann wird es sehr 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 spannend wenn wir vorher keine umkehr bekommen ist es dann interessant zu sehen was macht der markt denn hier oben an dieser stelle weil wenn er dort oben dreht also hochläuft dann drüber bleibt hat er echt die chance hier oben in die 109 3 1 6 rein zu laufen was bei diesem größeren übergeordneten abwärtstrend das nächste korrektur hoch ist das wäre sehr sehr spannend zu sehen wie schon gesagt so weit ist es hier an dieser stelle noch nicht aber die chance ist auf alle fälle da kommt es allerdings vorher zur umkehr dann müssen wir natürlich nach unten schauen im großen bild haben wir natürlich hier zwei unterstützungen liegen hier einmal am tief dieses trend dieses aufwärtstrends den wir haben bei 105 7 37 war da das low und dann haben wir hier noch das tief aus dem august bei 104 4 49 das war dort das tief das ist im großen bild wenn wir uns das kleinere bild aber mal nach anschauen sollte es tatsächlich dazu kommen dass innerhalb des kleinen abwärtstrends hier eine neue bewegung nach unten einsetzt dann spielt natürlich auf alle fälle einmal diese aktuelle trend dieses trend tief hier unten bei 106 4 85 eine wichtige rolle und zwischendrin natürlich immer wieder auch anlaufpunkte der korrektur tiefs im stundentrend und deswegen schauen wir jetzt mal in die stunde rein weil hier sehen wir ja wie hervorragend der markt hier schön nach oben läuft schaut euch an hier ein wechsel von steigenden hochs und steigenden tiefs und das ist natürlich immer das interessante und wie schon gesagt wenn es hier zum ja drehen kommt dass sich hier der abwärtstrend nach unten auch entwickelt dann haben wir marken liegen die sollten wir auf der uhr haben hier in diesem bild die marken um die 107 etwas hinten dran 0 35 dann hier die 106 knapp 8 und hier unten kurz vor dem tief der support um die 106 65 das ist das was unten dran steht wie ich gesagt momentan naja ich muss sagen es ist ein bisschen zögerlich das sehen wir auch an dieser kerze die sich heute hier an dieser stelle ergibt so richtig dynamisch geht der markt jetzt nicht mehr voran das war ja in den letzten tagen deutlich anders aber der tag ist ja zumindest hier bei uns in deutschland und dann hinten dran in den usa noch jung das heißt da kann noch viel passieren das an dieser stelle ich sehe gerade auch wieder viele guten morgen grüße hier auch auf facebook olav elena tom matthias guten morgen carla nice to see you have a great friday and a good weekend ja das ist sehr sehr schön ich freue mich da immer drauf und wie schon gesagt wenn fragen sind bitte einfach rein hier in die chats und dann kann ich gerne darauf eingehen das heißt us dollar japanischer yen ist klar wo die reise hingeht wie schon sagt oben deckel unten chancen wenn der aufwärtstrend wieder aufgenommen wird machen wir weiter paar nebenbejahrungspaare aber ich sag mal gar nicht so uninteressant wir blicken auf euro türkische lira und euro norwegische krone und gerade beim thema euro türkische lira da kommt gerade wieder so ein bisschen das thema politik mit ins spiel warum die ganze geschichte um das wirtschaftsgeschehen um sag ich mal das thema der kurden rückzug usa aus diesem gebiet das hat schon ordentliche politische sprengkraft ich erinnere nur an die worte die donald trump in den mund genommen hat wenn die türkei eher in dieses kurden land einfällt wird er die wirtschaft der türkei zerstören naja das ist viel polemik an dieser stelle aber nichtsdestotrotz es hat halt auswirkungen und es kann natürlich deutlich schlechte auswirkungen auf die wirtschaft haben das macht die währung schwächer und das hat dann natürlich ausgang auf die bewegungen innerhalb der währung wir gucken uns das ganze gleich an wir starten hier mal euro türkische lira ziehe ich einfach mal rüber hier in den tageschart rein und da sehen wir schon was hier in den letzten tagen auch passiert ist wir haben einen starken move zur oberseite hinbekommen ja und wo landen wir wir haben das thema hier drüben schon mal besprochen die marke hier oben um die 6 500 also 6,5 türkischen lira das ist sag ich mal aktuell hier in diesem markt eine bank punkt aus die maus da gibt es nichts darüber zu reden wir haben es gesehen wir sind hier oben angeprallt wir haben das damals auch besprochen der schöne abwärts schub kam danach auch wunderbar läuft also man sieht man kann auch mit diesen kleinen währungen gutes geld verdienen aber das ist geschichte wir sehen dass tief war gewesen hier aus diesem starken schub nach unten bei 6 14 7 06 danach kam der move nach oben hier auch mit einem kurzen halt und dann ein schub das ist alles sehr interessant das zeigt uns welche dynamik dahinter steht ja da ist ordentlich power dahinter im kurzfristigen bereich allerdings haben wir auch gesehen gestern hier diese deutliche abverkaufskerze ja das ist ein deutliches zeichen hier will der markt aktuell nicht runter aber die gefahr was heißt gefahr die chance besteht dass der markt nach dem durchatmen bei wirtschaftlicher schwächung weiter nach oben läuft und dann haben wir natürlich die chance hier oben rein zu laufen in dieses level um die knapp 6 70 hier da haben wir ja das trend hoch hier an dieser stelle gehabt also korrektur trend hoch das nächste was mit der liebe wenn diese marke hier rausgenommen wird was dafür auch noch spricht ist die tatsache dass wir hier unten ein höheres tief bekommen haben das heißt der markt ist früher wieder auf die käuferseite gewechselt das bleibt natürlich auch ein zeichen ein höheres hoch und hier leicht schon drüber gegangen das oben will ich nicht überbewerten aber es nähert natürlich die chancen auf einen schub nach oben und wenn das kommt nach einer korrektur dann haben wir hier plötzlich einen kleinen aufwärtstrend der dann wenn er diese marke überspringt richtungsgebend ist das bleibt spannend viel potenzial zur oberseite aber hier diese kerze die wir gestern gesehen haben ist natürlich ein schurtumkehrsignal und wir haben ja das thema verortung von diesen kerzen schon mal besprochen hier sind wir natürlich in einer prädestinierten situation verortet wo durchaus der markt nach unten auch laufen kann welche anlauf level wir da haben das sehen wir sehr sehr schön auch schon hier drinnen hier gab es ein durchatmen ungefähr die marke von 6 35 6 7 und dann hier unten als wir diese kleine konsolidierung die sieht man schön in der stundenbasis nach oben aufgelöst haben mit diesem starken schub da haben wir natürlich noch ein leichtes support level das ist die marke hier von 6 26 5 die marke haben wir unten liegen das können wir gut aus dem chart mit sehen und damit wechseln wir noch weiter und zwar hier an dieser stelle zum währungspaar euro norwegische krone auch hier zuerst einmal wieder der blick in den tageschart hinein und wir sehen hier etwas ähnliches wie wir das gerade gesehen haben in der türkischen lira nämlich hier haben wir einen widerstand nur der widerstand ist hier in der norwegischen krone natürlich an einer etwas anderen stelle guckt euch das mal an wir sind hier an einem hoch ja das sind die 10 0 9 6 das ist ein deckel obendrauf an einem ich will jetzt nicht sagen lang zur allzeit hoch das kann ich hier in diesem chart nicht zurückblicken ob das wirklich das allzeit hoch ist aber es ist ein extrem hoher bereich der lange lange zeit nicht an den märkten drin gewesen ist heißt also an dieser stelle da oben ja ist es oft so der markt geht nicht einfach mal schnips darüber das sehen wir auch in der vergangenheit hier haben wir es gehabt an dieser stelle ist der markt korrigiert dann hat er ein neues hochgeschrieben und dann hat er auch erst mal wieder abverkauft ja dann hat er wieder neues hochgeschrieben aber weit nach oben ging es nicht dann kam erst mal wieder eine korrektur das ist das verhalten was wir hier sehen was an dieser stelle auch normal ist und was wir auch sehen wir haben mittlerweile hier oben diesen bewegungstrend rausgenommen ja diese kerze von gestern war das erste signal heute folgt der weitere abverkauf und im fortgang dieses abverkaufs werden dann natürlich tiefere marken interessant die erste anlaufmarkt die wir hier haben ist das level als dieser aufwärts trend hier entstanden ist der erste schub hat ja diesen abwärts trend hier gebrochen das war der schub die korrektur und hier in diesem level um die marke von zehn norwegischen kronen hat halt zur entstehung dieses aufwärts trends geführt das wäre mal das erste support level hält das nicht haben wir hier in diesem untergeordneten bewegungstrend das level um die marke ja von 0 97 5 möglicherweise ein aufenthaltspunkt hier wenn wir uns das ganze mal in der stunde auch anschauen das war hier ein bereich der war hier drüben erst widerstand hier dann unterstützung das wäre möglicherweise auch noch ein ansatzpunkt den behaben um den auf der uhr zu haben beziehungsweise wenn das dann wieder im größeren bild interessant wird dann können wir natürlich schauen wo haben wir trend tiefs liegen was ist hier interessant und das nächste trend tief haben wir hier unten liegen um die 9 88 5 das ist also das trifft das tief dieses aufwärtstrends den wir hier an dieser stelle haben das kann alles passieren wir sehen ja die norwegische krone hat immer starke schwankungsbreiten aber das bild ist halt seit längerer zeit auch schon wieder aufwärts gerichtet und wir haben halt hier auch im großen bild den markt nach oben mit am laufen also diese anlaufmarken die wir hier unten drinnen haben sind erst einmal anlaufmarken im sinne des laufenden aufwärtstrends und von der seite her sieht die long seite ganz gut nach oben aus jetzt haben wir aktuell die korrektur die gegenbewegung ist wichtig und wie schon gesagt anlauflevel sehen wir hier an dieser stelle auch immer wieder und dann können wir sehen ob dort gleichbewegung wieder in die gegenrichtung ankommt oder ob wir dort richtig noch mal dynamik nach unten sehen weil in den letzten beiden tagen wir sehen es ja es ist schon ganz schön ordentlich was hier inzwischen weg geht die schwankungsbreite bleibt in etwa gleich aber wir sehen den druck von oben nach unten so das sind die drei handelsideen für den heutigen tag gewesen ich schaue jetzt noch mal ganz gut ob wir hier noch fragen haben aktuell sehe ich hier nichts also wer lust hat wirklich fragen reinschieben wir gehen jetzt weiter hier im text und dann schauen wir bei dem thema der nachricht mal kurz in die aktuelle handelswoche zurück da gab es ja nicht so viele wichtige nachrichten an dieser seite wir haben hier das fmc sitzungsprotokoll am mittwoch bekommen da haben wir halt auch gesehen die fett steht spalier bei stange sozusagen es gab auch keine erratischen bewegungen an den märkten nach oben und nach unten von der seite her ist das da was wir noch gesehen haben am was war es gewesen am dienstag hier da haben wir aus den usa den erzeuger preis index gesehen der ist leicht rückläufig gewesen das war eigentlich eine prognose eines anstiegs von 0,1 für den monat september es war aber tatsächlich ein rückgang von 0,3 prozent am mittwoch gab es aus den usa auch etwas schlechtere zahlen vom arbeitsmarkt hier die offenen stellen angebote da war entsprechend eine zahl von 7,19 millionen erwartet worden ja also eigentlich ein anstieg zum vormonat es war aber ein rückgang das als negative zahl rohöl lager bestände sind auch negativ ausgefallen negativ im sinne dass man eher sozusagen einen kleineren zuwachs erwartet hatte jetzt haben wir hier wieder 2,9 millionen berg obendrauf gehabt 1,4 zuwachs waren ja erwartet worden das ist also auch eine zahl die negativ in diesem lesrahmen ist am donnerstag gab es aus großbritannien zahlen zum bruttoinlandsprodukt die waren eigentlich gar nicht so schlecht wenn man das mal sieht das bruttoinlandsprodukt für das jahr war erwartet worden mit einem zuwachs von 0,9 1,1 sind es gewesen das passt aber negativ auf dieser seite wenn wir mal schauen die produktion des verarbeitenden gewerbes hier doch ein deutlicher rückgang also es war eine zahl von 0,1 erwartet wurden aber es war ein also ein zuwachs es war aber am ende ein rückgang um 0,7 zähler und das ja das ist nicht ganz so gut in den usa dann die verbraucherpreisindex die kernrate hier auch ein zuwachs aber kleiner als erwartet das waren mal die wichtigsten termine der laufenden woche und damit machen wir gleich mal noch die vorausschau für die kommende woche da steht ja ein bisschen mehr drauf als in dieser woche heißt also nächste woche dienstag das ist hier mal der blick in großbritannien deutschland europa und die usa da bekommen wir am dienstag wie schon gesagt das thema durchschnittseinkommen arbeitslosenänderung in großbritannien dann gibt es um 11 uhr am dienstag auch die z den zw index also die zw konjunkturerwartung die besprechen wir dann auch am freitag in unserer live sendung dann gibt es am mittwoch aus großbritannien den verbraucherpreisindex das gleiche auch aus der usa aus europa von den usa gibt es die einzelhandelsumsätze und natürlich am mittwoch wieder die rohöl lagerbestände und am donnerstag kriegen wir dann aus großbritannien einzelhandelsumsätze die baugenehmigung aus den usa und den filifed herstellungsindex all das in der nächsten woche also einige zahlen die durchaus für sprengstoff sorgen könnten und was immer noch zusätzlich an nachrichten kommen kann brexit usa china handelsstreit all diese sachen können natürlich für ordentlich bewegung an den märkten sorgen also das sind die termine für die kommende woche und damit gehen wir jetzt weiter in die charts rein das heißt wir machen jetzt taxi matthias natürlich habe ich da lust drauf was zum dax erzählen wir machen das ja immer so zum freitag gibt es den großen chart ausblick die indizes das ist ja das was interessiert aber bevor wir hier an dieser stelle zum dax gehen würde ich ganz gerne mal noch auf den euro sprechen der ja mittlerweile nach dem gut kursschub nach unten in eine ganz normale korrektive phase hinein läuft was allerdings an dieser stelle interessant ist dass wir momentan steigen die indizes unten steigenden euro us dollar sehen das hat man auch nicht alle tage aber hier der trend vom euro us dollar der ist wieder schön abwärts gerichtet oder immer noch schön abwärts gerichtet das heißt das große bild haben wir hier weiterhin auf der schutzseite nach unten zu sehen und was man hier jetzt sieht diejenigen die das ganze auch immer mal kurzfristig schrägen wir hatten die handelsidee im euro us dollar ja hier oben um die marke von 1 10 5 mit vorgestellt der abprall also hier oben um die 1 10 6 in diesem bereich das ist interessant warum wir haben eine schöne bewegung gehabt die wurde ausgereizt nicht ganz aber ein ganzes stückchen nach unten gegangen hier das ganze stück also schön gelaufen und was haben wir jetzt jetzt haben wir halt eine gegenbewegung eine klassische korrektur diejenigen die das große bild schrägen da ist alles in ordnung der trend ist weiterhin abwärts gerichtet was wir hier sehen ist momentan einfach nur eine korrektur und wen wundert sie läuft trendförmig ab und das ist ja das was wir an den märkten auch immer gut nutzen können wenn wir so ein korrektur trend haben können wir sehr schnell sehen wann diese korrektur trend rumdreht potenzial hat ja auf alle fälle noch zur oberseite wenn wir uns mal anschauen das letzte korrektur hoch haben wir hier oben bei etwas über 1 11 liegen da ist also noch deutlich potenzial zur oberseite hin mal sehen wie sich der markt heute entwickelt vielleicht bekommen wir hier zum wochenende bzw wochenanfang auch gleich wieder noch eine trading idee wo man hier in die umkehr reingehen kann müssen wir mal schauen spannend bleibt das ganze auf alle fälle so und jetzt gehen wir rüber zum dax hier schauen wir uns den dax mal an in den letzten tagen auch ein sehr sehr schöner anstieg auf dieser seite haben wir hier gesehen wir sind mittlerweile hier über dieses trend entstehungs level drüber hinaus gegangen das hatten wir hier drüben hier unten diese marke von 1 1 12 sage ich schon 12 137 das war mal der bruchpunkt hier unten als dieser abwärtstrend entstanden ist mit dieser ordentlichen dynamik nach unten und jetzt ist halt zu sehen der markt läuft nach oben nicht immer einfach teilweise ziemlich hohe schwankungsbreiten die wir hier in diesem bereich auch haben das heißt wir sehen jetzt gerade die gegenbewegung hier der ein oder andere wird fragen ist es jetzt die herbst rallye ich muss sagen ich habe absolut keinen plan ob das jetzt eine herbst rallye ist oder nicht das bild kann hier nächste woche schon wieder ganz anders ausschauen wir sehen momentan eine ordentliche korrektur des ganzen wir sehen aber auch diese kerze hier mit dem hoch bei 12.260 und dem tief hier unten drunter um die marke von 11.900 zähler das ist ein außenstab und seitdem geht es hier ein hin und her zwischen drinnen wir müssen erst mal schauen was hier oben passiert platz hat die korrektur nach oben natürlich noch ohne weiteres ich sag mal das bild deutlich bullischer wird aber erst wenn wir tatsächlich hier oben über die 12.500 punkte marke drüber laufen solange das nicht passiert wie schon gesagt sind wir hier in der korrektur das ist natürlich eine dynamik die man durchaus auch schweben kann aber wir sehen in der stunde es ist ein ziemliches hin und her teilweise wenn man das mal so sieht es schwingt nach oben etwas es kommt ein starker schub nach unten dann geht es wieder nach oben wir haben hier ansteigende hochs und ansteigende tiefs das ist also eigentlich ein zeichen dafür dass der markt ansteigend ist was wir hier noch sehen ist und das ist das wo ich immer ein bisschen sag ich mal vorsicht walten lasse ist wirklich wenn wir keile in dieser richtung sehen wir müssen einfach mal schauen was aus keilen wird ja die müssen ja nicht immer zur unterseite aufgelöst werden gerade wenn wir nachrichten am markt haben so was wie jetzt mit china donald trump haben hat ja gesagt die gespräche mit china laufen sehr sehr gut dann dann ist die charttechnik einfach außen vor gesetzt dann kauft der markt gute nachrichten und dann ist egal was die charttechnik sagt dann läuft er einfach in die eine oder andere richtung das ist mal fakt aber wir sehen halt hier in diesem bereich gerade einen keil und wenn wir nicht nachrichten getrieben sind dann ist das eher so ein bisschen ein zeichen dass der markt zwar immer tiefer anfängt immer höher anfängt zu kaufen aber nach oben hin keine kraft mehr hat rauszukommen und das ist eher ein schlechtes zeichen für weitere kursanstieg in diesem bereich dass das habe ich immer so ein bisschen im hinterkopf das sollte im endeffekt oder wenn ich jetzt in diese situationen reinkomme dann hat das wenn ich unbedingt zu was traden möchte was ich sehr sehr selten mache aber dann hat das immer auch einen ansturz auf meine risikogöße das hatten wir auch schon in diesem in diesen ausbildungsbereichen am freitag dass man stellschrauben auch hat wenn man trades macht und sich sagt okay der markt sieht eigentlich ganz gut aus aber es gibt ein paar anzeichen dafür dass wir doch durchaus nach unten laufen könnten aber man möchte nach oben mit schweden weil einfach die marktphase so gut ist dann macht man es halt über das thema money management diese punkte haben wir als trader immer auch zur verfügung und das ist das was wir hier oder was ich hier in diesem punkt auch sehr aber rein charttechnisch gesehen läuft der markt in der korrektur weiter schön nach oben der stundentrend ist intakt aufwärts gerichtet und das ganze ist das was wir hier momentan an den märkten natürlich auch mit sehen also das muss man sehen wie es draus wird matthias du glaubst noch nicht an eine rallye schau mal also ich sag mal mal so wenn der markt tatsächlich jetzt bis zwölf fünf durchläuft dann ist das schon eine ganz ordentliche rallye und wir haben ja auch immer gesehen wenn die marktteilnehmer nicht an sowas glauben dann kommt es trotzdem weil dann das passiert woran keiner glaubt dann rennen sie irgendwann alle hinterher und das nähert die rallye wir wissen ja die rallye wird von der rallye genährt das ist dann der punkt der dann kommt wir warten es ab das heißt an dieser stelle wir sehen gerade die gegenbewegung der deckel obendrauf bei 12 5 muss erst mal genommen werden hier das bleibt also hoch interessant an diesen punkten damit gehen wir mal rüber in die us märkte das heißt wir gucken uns jetzt mal eben noch den dauern im dau auch das bild hier so mich mal wieder etwas kleiner das sind auch die zeichen ganz normal noch drinnen die sammle ich ja immer mit auf an diesen punkten wenn wir uns das große bild mal anschauen wir sehen wir hatten das in der letzten woche besprochen auch hier unten wir haben ja hier diesen nach oben laufenden trend gehabt der hatte sein tief hier um die marke von knapp 26.000 zählern und hier haben auch gesehen diese marke die wurde zwar hier unterschritten aber der markt zog direkt wieder hoch erscheint aktuell drüber zu halten das heißt aktuell bietet dieses level um die 26.000 punkte marke doch einen recht guten support hier hat der markt die chance auch weiter noch nach oben zu laufen übergeordnet wie schon gesagt das bild ist momentan sehr nachrichten getrieben was wir hier immer im auge behalten müssen ist das große bild das heißt wenn wir uns das mal hier auch anschauen hier in diesem bereich wir sind halt hier oben auf ein allzeithoch gelaufen und danach gab es ein tieferes hoch und das ist immer so ein bisschen etwas wo man sagen muss okay das muss man einfach akzeptieren dass da was da ist dass wir hier oben keine käufer mehr gekommen sind sondern dass etwas vor dem hoch der druck nach unten schon zu groß geworden ist und dann haben wir jetzt hier unten die situation dass wir noch diese ansteigende trendlinie haben und wenn der markt das weg bricht dann sieht es eher so aus dass wir etwas weiter nach unten gehen das ist das latente bild was wir hier haben und das wird in den letzten tagen auch sehr sehr nachrichten getrieben auch bewegt an dieser stelle ja ich habe es gesagt auch fett trump impeachment verfahren china all diese sachen kommen da das sind also fakten und wir sehen halt auch diese hohen volatilitäten das ist das was rein spielt aber nichts desto trotz wenn wir uns das ganze bild mal aus rein technischer sicht anschauen dann haben wir halt einen faktor auch wenn diese marke um knapp 26.000 zähler gehalten hat das heißt der markt wieder rauf gelaufen ist haben wir den fakt wir sind unter dieses trend tief gelaufen das heißt die nachricht die der markt und sie erzählt ist dass mit diesem trend erst mal irgendwas nicht mehr ganz in ordnung ist ob es jetzt zum gegentrend kommt das bleibt noch offen aber wir wissen der ist erst mal nicht da jetzt muss ich erst mal hier ein gegentrend bilden im kleinen ist der markt dabei das auch zu machen also wir schauen was draus wird aber das ist schon mal ein zeigefinger schauen wir in den s und p 500 da ist das bild ja schon deutlich klarer was wir hier gesehen haben an dieser stelle das hatte ich das letzte mal auch schon eingezeichnet wir sind hier unter wichtige level drunter gelaufen das heißt der markt ist hier in der abwärtsrichtung auch unterwegs hat jetzt tief nach oben korrigiert hier auch in dieses band hinein um die marke von 2.900 und ein paar 60 zähler also was hier wichtig war war halt dieser bereich oben wo ich dieses dicke grüne band reingemacht habe hier knapp 2.960 zähler da sind wir ran gelaufen da haben wir aber immer wieder verkäufe gesehen wenn wir tatsächlich drüber gehen wäre das erst mal ein positives zeichen dass dieser starke schub hier erst mal noch ein stückchen weiter nach oben raus korrigiert wird aber fakt ist hier an dieser stelle auch 1 die dynamik nach unten haben wir da wir sind schon deutlich weit nach unten gelaufen support level haben wir hier unten an der august box liegen bei 2825 aber auch hier machen wir mal noch das blick den blick ins große bild nämlich hier haben wir es auch wir haben hier abverkauf am allzeit hoch gehabt und jetzt die dynamik auch ziemlich stark nach unten auch wenn hier immer wieder käufer reinkommen eine schlechte nachricht kann dafür sorgen dass die bewegung wieder in richtung dieser blauen linie kommt und zack sind hier unten das schön für aktive trader hat da kann man natürlich an diesen hohen volatilitäten gut partizipieren und das ganze mit rumtrennen das ist natürlich die spannende geschichte die wir hier immer wieder sehen das heißt im kleinen bereich ich so mit mal kurz noch hier rein wird es jetzt natürlich sehr sehr spannend zu sehen was passiert hier oben an diesem hoch hier also die paar punkte marke von 269 die ist wichtig laufen wir drüber haben wir durchaus potenzial weiter in die oberrichtung rein zu laufen wir sehen es ja hier wir haben hier ein paar hochs liegen die durchaus angelaufen werden können prallt der markt allerdings tatsächlich hier oben ab dann haben wir alle chancen zur unterseite drunter zu laufen und dann sieht die welt schon wieder eher auf die schurtrichtung das hier zum s&p 500 und die technologie die darf natürlich auch nicht fehlen hoppala wie sieht denn der chart aus wir suchen mal kurz etwas weiter ran also hier in diesem sinne halt auch gegeben was wir haben eine schöne dynamische ausweitung wir haben es gesehen hier unten rein das tief bei 7.475 zählern der abwärtstrend ist hier auch weiter mit intakt das bild hier nach oben trendet auch leicht schöne trendende gegenbewegung wichtig wäre jetzt halt dass hier oben erst mal im kurzfristigen bereich dieses hoch hier rausgenommen wird bei 7.824 zählern dann haben wir durchaus mehr dynamik noch etwas nach oben hin das große bild sieht aber auch hier etwas angeschlagen aus dieser abwärtstrend ist weiter intakt wir müssen also deutlich hier oben mit rein wir sehen es diese hohen volatilitäten der schub kam mir kräftig auch nach unten und diese markt die wir hier oben haben wo ich dieses rangelegt habe diese 7.824 zähler das ist das was man im stundenschart auch ganz gut sehen kann da haben wir den auflauf oben ran gehabt hier dreimal wurde diese marke getestet und hier bleibt es halt wirklich interessant schaffen was drüber ja im kleinen bereich dann haben wir durchaus die karten nach oben hin weiter offen nächstes level dann hier an diesem trend hoch beziehungsweise hier oben an dieser marke um die was haben wir oben liegen knapp 7.950 zähler also diese punkte machen sind da aber da müssen wir erst tatsächlich dieses level rausknacken dann können wir uns weiter nach oben orientieren in april der sieht dann eher die unterseite vor und dann läuft das ganze wieder in das bild was wir auf tagesbasis haben das heißt hier runter in richtung des aktuellen zwischentiefs bei 7.475 zählern beziehungsweise hier unten das ja der bereich um die 7.350 zähler was ungefähr das tief dieser augustbox gewesen ist das ist hier das was wir aktuell sehen wir schauen wo es hingeht aber diese hohen volatilitäten geben natürlich aktiven schwedern viele viele chancen das passt olav mach's gut und wir wir sind jetzt an dieser stelle mit dem großen marktblick auch fertig fragen sehe ich hier aktuell keine das heißt was wir jetzt machen ist folgendes wir gehen hier aus den charts raus und schauen auf den nächsten punkt und zwar gehen wir jetzt hier rein in das das thema education power strategien im trading diese chancen dürfen sie nicht verpassen